Wir haben die ersten 22 Ladepunkte von der Firma Ladezeit in Betrieb. Wir haben uns einen Anbieter gesucht und haben dafür die Firma Ladezeit entschieden, damit wir ein Rundum-Sorgungs-Paket bekommen. Uns war es besonders wichtig, dass wir alles in einer Hand haben. Das Thema Tiefbau, Vergabe und Beaufsichtigung der Elektroarbeiten, sowohl die Installation der Säulen. Zusätzlich war uns besonders wichtig, dass wir ein Abrechnungssystem haben, das transparent ist. Wir können die Kosten der einzelnen Fahrzeuge jedem Fahrzeug zuordnen, sodass wir genau wissen, welcher Mitarbeiter wie viel Strom verbraucht hat bei seinen Ladevorgängen. Zusätzlich ist auch möglich, dass Externe bei uns laden können und die dann separat per Paypal oder Kreditkarte bezahlen. Schmerz 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 EntschLL